... die Front in Breitachformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Pottorff. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das war ein Befehl, das war ein Befehl, das war ein Befehl! Oh Mann, ich bin das einfach getroffen! Dann bin ich derart mit Verlogen! Jederart mit Verlogen, sogar die Assis! Die gesamte Generalität ist in zweiter als ein Haufen niederverrechterter Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbringen... Ich setze Feiglinge! Verrechtert, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion im Lumpen hielt! Es hat mich jeden nur als 60er Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan! Und jahrelang alle höheren Offiziere nicht nicht gehen zu lassen, wie Stalin! Bitte, Gerda! Jetzt beruhig dich doch!